Diesmal hat es geklappt, Peña als erster bei der ersten Hürde, Joseph aber jetzt schon vorne. Joseph mit einem viel aggressiveren Lauf wie im Vorlauf zieht das Ganze durch. 13,40! Wenn der Wind stimmt, ist das Schweizer Rekord im Halbfinale. 0,7 Meter pro Sekunde der Rückenwind, es muss noch offiziell bestätigt werden. 13,39! Jason Joseph mit einem Schweizer Rekord. Unglaublicher Lauf des jungen Baslers.